Sehen wir in den nächsten Wochen das erste Collectible von One Piece nach einer Aussage von David Yu. Außerdem erscheint der UUP-Artikel schon morgen am Samstag und wir gehen auf jeden Fall auf Meta ein und auf jeden Fall das Ganze drumherum, was das auch für Vivi bedeutet. Denn Meta macht nämlich einen Marktplatz auch auf Instagram für NFTs. Das und vieles mehr jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum und starten direkt rein in das erste Thema. Und das erste Thema ist nämlich heute erstmal Anime, denn es wurde nämlich gefragt von einem User auf Twitter WhenNextAnimeCollectibles und im Hintergrund sehen wir hier Raffi aus One Piece. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum antwortet darauf David Yu Hashtag Soon, beziehungsweise einfach nur Soon. Dazu sollte man wissen, dass wir in den letzten Wochen drei riesengroße Lizenzen mit an Bord geholt haben, was David Yu gesagt hat, in welchem Bereich es jedoch geht, also ob es jetzt Anime oder sonst was ist, hat er nicht gesagt. Aber was wir wissen, dass es aus dem asiatischen Raum, beziehungsweise aus Japan kommt und da würde natürlich sowas sehr, sehr naheliegend sein, dass wir hier in dem Fall auch Raffi bekommen, beziehungsweise One Piece im Allgemeinen mit den ersten Collectibles, beziehungsweise mit den ersten NFTs auf Vivi. Lizenztechnisch ist das natürlich eine Riesenleistung, wenn wir das wirklich so bekommen sollten. Und wir sehen auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, auch gegen Jahresende noch ziemlich viel aus dem asiatischen Raum. Und wie David hier auch schon schreibt, wir sehen das ganze in Hashtags zu und ich werde dich natürlich aber hier auf diesem Kanal auf dem Laufenden halten. Das heißt, wenn du auf jeden Fall die Ankündigung nicht verpassen möchtest, falls wir One Piece wirklich bekommen sollten, dann drück auf jeden Fall den Abo-Knopf, aktiviere die Glocke und dann wirst du auf jeden Fall informiert, sobald das erste Video von mir draußen ist, mit den wichtigsten News zu dem ganzen Thema. Außerdem habe ich mal eine ganz kurze Zwischenfrage für euch da draußen mit dabei. Und zwar, wer hat denn von euch gestern den ganzen Drop mitgenommen von Star Wars und wer hat auch was bekommen? Ich persönlich kann sagen, ich habe leider nichts bekommen. Aber wenn du was bekommen hast, schreibe es doch mal gerne unten in die Kommentare und teile das mit uns hier. Und jetzt würde ich aber sagen, geht es auf jeden Fall das nächste Thema. Und das nächste Thema ist nämlich UUP, denn UUP wird nämlich am Samstagmorgen released. Jetzt natürlich die Frage, was ist Samstagmorgen? Samstagmorgen ist natürlich nicht für uns hier mitteleuropäischer Zeit. Samstagmorgen, ich gehe mal davon aus, es wird so im Laufe des Nachmittags dann released werden. Aber wir sehen am Samstag UUP und das ist ein Grund zum Feiern. Jetzt darf man aber hier an dieser Stelle nicht vergessen. Wir sehen hier, so wie ich das jedenfalls auch verstanden habe, nur den Artikel, nicht das Programm selbst. Das heißt, es wird ja auf jeden Fall erstmal einen Artikel geben, der wird uns zeigen, was es jetzt alles dann gibt und was dann auch kommen wird und was wie umgesetzt wird. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Ausblick darauf, was uns auf jeden Fall erwartet. Und ich gehe davon aus, dass wir dann noch relativ zeitnah oder auch in dem Artikel selbst dann ein Datum genannt bekommen werden, wo in etwa dann tatsächlich auch UUP released wird. Wir schauen uns aber nochmal an, was ist denn überhaupt UUP für diejenigen, die nicht wirklich was damit anfangen können. Denn UUP ist sozusagen neben dem MCP, was ja in der App selbst ist von Vivi, ein zweites Programm, was den OMI-Token, den Token mehr oder weniger von Vivi, mehr mit einbinden soll. Was zum Beispiel Käufe in der App angeht, das heißt, dass man mit dem OMI-Token zum Beispiel seine Vivi-Collectables kaufen kann und so viel mehr. Über Staking und andere Dinge. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich werde euch diesen ganzen Artikel, diesen ersten Artikel einmal unten in die Beschreibung packen. Dann kannst du dir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, was ist denn hier dieses UUP, was bringt mir das eventuell. Aber sei auf jeden Fall gewarnt, es wird wahrscheinlich nicht alles mit übernommen werden, aber dass du einfach mal so ein Gefühl dafür bekommst, was ist denn hier überhaupt alles drin. Wie zum Beispiel, wie gesagt, Staking, man wird sich Zubehör damit kaufen können. Also für den Showroom zum Beispiel. Es wird Premium-Market-Listings geben. Es wird super, super viel geben auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein richtig großer Schritt hier auch für den OMI-Token. Aber wie gesagt, lasst uns auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde dich natürlich morgen dann auf dem Laufenden halten. Video dazu wird wahrscheinlich erst gegen Abend dann rauskommen, da ich morgen arbeiten muss und dementsprechend es ja erst am Abend schaffe, dann auch wirklich die ganzen News zusammenzufassen. Und der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, UUP ist jetzt natürlich kurz vorm Kommen. Lohnt es sich denn jetzt gerade noch OMI zu kaufen? Sollte ich OMI kaufen? Also ich persönlich kaufe momentan nicht nach, denn das ist einfach ein ganz einfacher Grund. Wir sind einfach momentan in einem Hype-Zyklus. Das heißt, das ganze UUP wird hochgehypt und es wird wahrscheinlich auch den Hype wert sein. Aber wir werden wahrscheinlich nochmal günstige Einstiege bekommen, denn wir sind wie gesagt immer noch an einem Bärenmarkt. Und ich glaube nicht, dass das hier ein wirklich sehr nachhaltiger Anstieg ist. Deswegen persönlich, ich halte mich noch ein bisschen zurück. Ich werde wieder kaufen, wenn wir hier so in etwa bei 0,0012 sind. Vorher wird es bei mir persönlich erstmal nichts. Und auch John Cryptotherapy ist natürlich hier auch ähnlicher Meinung wie ich. Ich persönlich richte mich ja, wie ihr wisst, nach ihm. Und wenn wir uns das Ganze auch nochmal auf dem Chart anschauen, dann sieht man doch ziemlich eindeutig, dass wir hier auch einige Resistance haben. Unterzeitlich auch hier gerade bei einer Resistance feststecken. Sollten wir diese brechen, dann sehe ich auf jeden Fall Potenzial bis hier oben, bis zur nächsten Resistance. Sollten wir diese auch brechen, dann könnte es wirklich sehr, sehr spannend werden. Denn dann haben wir auf jeden Fall wirklich enorm viel Kraft entfesselt. Aber solange wir diese Linie hier auf jeden Fall nicht brechen, diese Resistance, sehe ich da persönlich bis jetzt erstmal noch relativ schwarz. Und sehe den OBI-Token auf jeden Fall wieder hier unten bei unserer Support landen, die sich ja wirklich sehr, sehr gut aufgebaut hat. Aber dort sehe ich persönlich einfach den OBI-Kurs wieder in den nächsten Monaten. Was ich aber an dieser Stelle sagen möchte, ist natürlich ganz wichtig, dass ihr euch hier nicht nur nach mir richtet. Es ist nur meine Meinung, es ist nur meine Strategie. Ihr könnt es anders machen. Vielleicht seid ihr auch richtig mit eurem Weg. Wie gesagt, es ist nur mein persönlicher Weg, wie ich das Ganze gehe. Hat dir da draußen das Video bis zu genau dieser Stelle hier gerade gefallen, dann gebt mir das Video sehr gerne ein Like und unterstützt meine Arbeit. Und pusht dadurch das Video auf jeden Fall noch mehr Leute über den YouTube-Algorithmus. Jetzt geht es aber auf jeden Fall weiter mit den weiteren interessanten Themen des Videos. Nun wird auch Instagram zum NFT-Marktplatz, denn laut Meta wird das Ganze jetzt umgesetzt und wird hier mit Polygon starten. Das heißt, man kann dann seine Polygon-NFTs hier auch tatsächlich in Instagram verkaufen. Beziehungsweise man kann sie natürlich sowieso schon als Post machen und so weiter und so fort. Was sehr, sehr coole Ideen sind und was ich persönlich sehr unterstütze. Ja, was hat das Ganze jetzt aber natürlich mit Vivi zu tun, wird sich da eine andere fragen. Das Ganze ist natürlich momentan erstmal nur auf Polygon, aber Ethereum wird wahrscheinlich mit der Zeit auch noch dazukommen und dementsprechend wird es dann auch sehr interessant für uns. Denn wenn die Interoperability da ist, dann wird es auch für uns möglich sein, unsere Vivi-NFTs auf Instagram zu zeigen. Und das ist ein mega cooler Vorteil und es wird auch extrem interessant werden, weil dadurch kann man diese NFTs noch weiter einfach in die Welt hinaustragen. Was aber auch ein ganz wichtiger Disclaim an dieser Stelle ist, jeder wird sich jetzt fragen, ja warum habe ich davon noch nichts mitbekommen? Das große Problem für uns Europäer bzw. für uns Deutsche ist, dass das leider noch nicht verfügbar ist für uns. Aber in den USA beispielsweise ist das Ganze schon verfügbar, was natürlich dort schon für eine große Adaption sorgt für uns hier in Europa oder auch in Deutschland leider bisher noch nicht. Und bleiben wir nochmal ganz kurz bei Meta, denn Meta hat ja seine AR-Brillen auch vorgestellt. Apple wird auch im nächsten Jahr nachziehen und Dr. Profit hat uns ein sehr interessantes Video geschickt bzw. uns geteilt mit dem folgenden Kommentar, nämlich dass der M2-Chip hier auch in der Lage ist, fotorealistisches Augmented Reality mit 60 FPS zu erstellen. Und das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das Ganze einfach mal anschaut. Wir schauen uns das mal an und ihr werdet sich glauben, aber das, was ihr hier seht, dieses Muster, das ist Augmented Reality. Wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man das auch relativ schnell, aber wenn man jetzt einfach mal so nur auf den ersten Blick, dann sieht das schon ziemlich real aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt oder ob ihr im ersten Moment dachtet, ist das echt oder ist das fake? Denn das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich habe wirklich jetzt auch lange gebraucht, um erstmal überhaupt zu sehen, dass das wirklich Augmented Reality ist. Und ich finde das super spannend und das zeigt auf jeden Fall, dass Augmented Reality auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Potenzial hat und auch Vivi das Ganze natürlich enorm ausnutzen wird. Und wir auf jeden Fall gespannt sein können, was da in Zukunft auf uns zukommt. Und das war übrigens gerade mal nur ein iPad Pro und keine Augmented Reality Brille, falls das jetzt irgendjemand dachtet. Aber es ist super spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, schreib es auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, was du dachtest, ob du es am Anfang sofort erkannt hast oder auch nicht. Und ansonsten war es das an dieser Stelle mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dir dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.